Es gibt nur 80 und ist besser, dass ich von hier anfange, weil... ... ... ... ... ... ... So, wir haben heute mit meinem Bruder unter ein paar Palette transportiert wegen das war unsere Aufgabe und jetzt, wir haben nochmal oben gekommen, wegen unserer Wand schließen müssen. Ich mache diesen Vlog für meinen Nachbarn, weil der hat gestern in meinem Kanal schön abonniert und der hat mich gefragt kannst du nicht im Deutsch zu sprechen. Ja, ich versuche für dich Deutsch zu sprechen. Wir haben hier die letzte Woche schön geschließen, hier auch, hier und jetzt fange ich hier an. Ich habe gestern schon angefangen, ich habe hier, weißt du, mindestens 40 Zentimeter Verbindung. Ich fange so mit 40 oder 50 Zentimeter unten und dann eine Platte 1 Meter oder 80. Hier auch kleine und hier auch die große. Und dann, weißt du wie ist, 2 Meter, 2 Meter und dann habe ich Verbindung 40 Zentimeter. Minimum 40 Zentimeter, 50, 40, 50 und jetzt will ich auch hier das machen. Hier auch diese Wand, diese Wand und wenn ich noch Zeit habe, diese Wand hier. Und noch in meinem Zimmer, das ist nicht mein Zimmer, aber soll ich auch hier machen. Und wichtig ist, dass hier im Zimmer schließe ich mit normaler Platte an. Und hier mit Diamantplatte, weißt du. Was soll ich noch sagen, ich muss schneiden die Platte ab. Und ja, jeder Leute hört mir meinen Kanal jetzt, meine Stimme, meine Wörter, meine alles. Entschuldigung, weil spreche ich nicht sehr gut Deutsch, aber ich versuche Deutsch sehr gut zu sprechen. So, ja, wir schließen, wir schließen und ich will diese Kripp so machen. So, wir machen fest jetzt. Mit die 25er Schrauben. ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe alles hier mit der ersten Platte fertig gemacht. Jetzt brauche ich hier, zauber, ich sage, warum? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich mache hier meine Punkte, meine Linie, damit ich weiß, wo die Profile bis oben sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung ehrlich, wie es heißt, aber ich weiß, dass ich hier zwei Zentimeter haben muss. Bis oben. Bis oben. Ich habe einen Strich gemacht. Und mit der zweiten Platte soll ich ab hier, um die Mitte bis irgendwo hier, hier soll ich noch einen Strich, zwei Zentimeter machen. Und ich weiß, dass das für Dilatation für diese Wand ist. Das kann ich sagen. Das kann ich sagen. Ich habe das gehört von der Barleiter. Und mehr Wörter. Und mehr Wörter kann ich nicht sagen. Und mehr Wörter kann ich nicht sagen. Leider. Entschuldigung, aber... Leider. Nein. Ja. Das soll ich machen. Diese Wand soll ich machen. So wie gesagt, auch das. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir noch Zeit haben. Ja, das ist mein Vlog für die Deutschleute. Das verstehe. Die Wände schließen. Immer. Schließen, schließen, schließen. Mein Bruder mag Spaktel unten. Noch nicht, aber der fängt schon gleich an. Ich kann an die andere Zimmer. Wo ist. Schauen. Unter. Hier wo die Trend fix ist. An die Seite. Oben wo die Kabel sind. Guck mal. Mama mia. Oben auch. Ja. Der macht nach meiner Arbeit. Der kommt gleich von Max Spaktel. Und wir vorbereiten uns. Das ist der für mich und ich für ihn. Mehr der für mich. Wegen... Ja. Der macht Volle drinnen. Und... Und ja. Was wir vorbereiten müssen. So. Das ist mein Vlog auf Deutsch. Sprache. Und ich hoffe, dass sie alles verstehen mich. Und... Bis nächste Vlog. Was soll ich sagen. Ich liebe euch. Ciao, ciao. Alles Hallo. cricket schreit